Das 327. Wiener Derby, Sonntag, 17 Uhr, hier im Live-DK, steht vor der Tür. Und beim SK Rapid entspannt sich vor dem Duell mit der Austria die Personalsituation wieder etwas. Laut dem Kurier stehen Trainer Goran Jurezin wieder Dejan Lyubicic, Veton Bereshaar und Stefan Auer zur Verfügung. Lyubicic laborierte an Leistenbeschwerden, Bereshaar und Auer waren krank. Neuzugang Andrija Pavlovich, der noch kein Ligaspiel für Rapid absolvierte, könnte am Sonntag im Kader stehen. Ivan Mocinic, Christopher Dibon, Tamas Szetanto, Oli Bollingoli und Philipp Schopesberger sind hingegen kein Thema für einen Einsatz. SK Rapid Wien, FK Austria Wien, wann steigt das Wiener Derby? Spiels Rapid Wien, FK Austria Wien, Datum Sonntag, 16. September 2018 Uhr, Zeit 17.00 Uhr, Stadion Allianz Stadion, Schiedsrichter Julian Weinberger, Werbung Werbung Spiels englisch.